Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei WETTALK GAMBLE. Heute ist Mittwoch, heute bin ich Mech Arena und wir werden gleich lossehen, deswegen viel Spaß. Okay, und die Air-Sonde geht los. Ich werde wegen der Quest willen, dass ich ihn hier nehmen muss ja auch fünfmal spielen mit einem epischen Piloten. Trixie hat mich ausgetrickt. Dankeschön. Ich bin nicht ausgetrickst. Ich bin nicht ausgetrickst. Überlauf Okay, 6 Elf Verloren Ich nehme ihn jetzt sicher Ich habe übrigens in die Waffe gewechselt, hatte ich vorher die Rocket Jetzt habe ich ihn hier die Felix Rocket gegeben Ich sehe das gleiche, nur ein bisschen andere Variante von der Rakete Weil er die Eisende Quest hier hatte So eine gute Position mit ihm hier, ne? Bin ich nicht? Bin ich nicht, bin ich Drei, zwei, eins Down Bin ich runter? Okay Abgesessen Oh nein Dann nehmen wir jetzt mal den nächsten Also den letzten Mesh von mir möchte ich eigentlich ungerne nehmen Bei der halt Eine Artillerie hat Und durch das Teil deiner Mitte Ist es ein bisschen schwierig mit Artillerie zu schießen aber So, ja, holen wir. Hmm, ich fahre die Anno. Oh! Was ist das eigentlich? Oh! 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 Ich bin nicht dabei. Ob du den Beste möchtest. Naja. Also eigentlich habe ich ja jetzt auch schon jeden gespielt. Vielleicht könnte ich dann auch, ja. Beide Beste aus meiner Gruppe. Mal mit ihm hier gleich. Er war nur besser als ich. Na gut, okay. Dann schauen wir wie die nächste Runde aussieht. Gleich. Die zweite Runde geht los. Und ich denke mal, jetzt werde ich gewinnen. Zwei Spieler. Das ist alles Mpov. Und Puppe zu. Insch. Und Pizzes. Okay. Okay. Jetzt einmal hier, einmal hier rauf. Ja. Ja. Ich würde jetzt am liebsten noch mit ihnen hier spielen und nach da oben rechts auf der Ecke gehen, weil da hat man eine wirklich tolle Aussicht zum Schießen mit solchen und nach der Ecke gehen. Nein. Die Werbung hier weg. Scheiße. Aber auf einmal eine Werbung. Das ist natürlich her. Vielleicht lässt das halt öfters hier bei BlueStick. Das ist hier auf einmal eine Werbung über den Monitoren. Also ein neues Fenster geht auf und dann ist eine Werbung auf einmal da. Wie? Also ich war sehr gut gewesen. Weißt du? Ähm. Genau. Deswegen bin ich auch mit dabei. Wollte ich schon sagen. Ich muss dabei sein. Ah. Aber ich war nicht der Beste. Schade. Dann schauen wir mal. Beste fertig gemacht. Ja. Hier das war das mit dem. Ähm. Wer ist das? Rocket. Oh. Ich war nur zweitbeste. Mein Team. Er hat zwölf. Ich hab auch zwölf. Er hat dreizehn. Ach. Naja. Egal. Das war die Werbung. Das war die Werbung. Jetzt geht es in der zweite Runde. Let's go. Wie? Äh. Dritte Runde geht los? Hier sieht man wieder fünf gegen fünf. Kein FFA. Also FFA macht mir auch Spaß. Aber. Da ist das halt so oft FFA immer gespielt. Lass ich mich auch mal wieder freue. So eine Runde zu spielen. Fünf gegen fünf. Keiner von. Okay. Jetzt ist er weg. Jetzt kann ich wieder. Ein Helix Rocket holen. Okay. Und. Och. Och. dich. Ach. Auch. Oder ist er. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh, umgegen. So ein Mist. Deswegen ist die Atelier hier ein bisschen uff, weil ich werde immer da umgegen schießen. Oh. 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 Das war's. Das geht doch. Jetzt haben wir nochmal den. Runde 3. Die alles entscheidende Runde. 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 Schade. Knapp dran gewesen. Trotzdem verloren. Gut. Schau mal. Ach, wieder keine Goldmedaille. Meine Quest ist noch nicht fertig. Schau mal weiter. Der beste aus meinem Team war der Gegner. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Man kann ja nicht immer gewinnen. Ich habe heute nur einmal gewonnen. Zweimal verloren. Einmal gewonnen. Schau mal. Na gut. Dann sage ich Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.